Nein, würde ich keine aufnehmen zu Hause. Irgendwo habe ich einen Platz gar nicht dafür. Nein. Habe ich keinen Platz dazu? Wenn ich Platz dazu hätte, ja. Aber leider habe ich keinen Platz. Nein, leider nein. Nein. Ich habe nichts gegen Flüchtlinge, aber ich habe einen Hund und habe keinen Platz.